Schlager, bewegendes Statement. Stefan Mross sich an seine Fans. Ruhig war es um Stefan Mross, 47, geworden. Nach den aufregenden Monaten, in denen er sein Ehe aus mit Anna-Karina Wojciak, 30, verkraften musste und seine neue Liebe zu Eva Luginger schützen wollte, hat sich der Musiker aus den sozialen Medien zurückgezogen. Zu schwer lastete die Vergangenheit auf seinen Schultern. Doch jetzt hat sich der immer wieder Sonntags-Moderator ein Herz gefasst. Auf Facebook sorgt der Schlagerstar mit einem emotionalen Statement für eine Überraschung. Auf der Social-Media-Plattform teilt der Schlagersänger ein Foto von sich und richtet bewegende Worte an seine Community. Nach all den turbulenten Wochen in der vergangenen Zeit, habe ich mich bewusst aus der medialen Welt ausgeklinkt. Leitet er seinen Beitrag ein. Er stellt klar, bitte vergesst nicht, dass ich jeden Tag an euch gedacht habe. Anschließend dank er seinen Freunden und dem besten Publikum der Welt. Stefan Mroß weiter, wir starten alle zusammen am 7. Mai 2023 in eine unglaubliche tolle Saison. Dann startet die neue Folge von Immer Wieder Sonntags. Haben Sie die Schlager-News verpasst? Hier finden Sie die Schlager-News der vergangenen Woche. Verwendete Quellen, Facebook.com Verwendete Quellen, Facebook.com Verwendete Quellen, Facebook.com